Jo Freie, neue Pflegten Motorshotterleitung, seid ihr grüßt, neue Woche, neue Daily Races, wir starten direkt rein, Daily Race C auf Kyoto, let's go, mit der Gruppe 4 Kisten, wir fahren den veganen Trophy, und ja, mal schauen was hier sagt wird, ein Pflichtstopp ist angesagt, die harten Reifen sollten es eigentlich locker durchhalten, wenn man hier so einen Undercut probiert, aber genau probiert habe ich das hier noch nicht, So, schauen wir mal, das war für ein Spanier, droht schon mal keiner gefahren Noch mal so ein bisschen vorsichtig hier Nicht so ganz eingeschossen hier auf die Strecken Auto kommen die Kommt Digi, gib Gas Kann man ein bisschen schneller rumfahren Boah, jetzt wäre ich ihm fast hinten auf die Ecke gefahren Ach, jetzt wollte ich rechts auswählen und dann haut sie ihn noch nach links, das war's mir komplett So, ja komm, dann gehen wir halt einfach außen vorbei Oder auch nicht, schade Dann probieren wir es hier Passt Passt Schön Speed den Berg hoch mitnehmen und da vorne gut Action schon wieder Ah, die Karre quält sich hier den Berg hoch Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon so gesagt habe Das ist ja schön durchgekraten Boah, Alter Was war das denn? Ich habe keine Strafe bekommen Ich habe keine Strafe bekommen Ach, akzeptiere ich, gab kein Mobil Sehr, sehr nett vom Spiel Wer hat die Strafe bekommen? Äh? Keine Ahnung was da los war Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben hier, das kann man deutlich besser fahren So, hier ist schön ein Stückchen Gras mitgenommen Und was ich noch vergessen habe Natürlich wünsche ich euch allen noch einen guten Start in die neue Woche Sorry für den Zug im Hintergrund Ich hoffe, man hört es nicht zu laut So, da sind wir schon am nächsten dran Was wird ihm los hier, Digital Forces hat noch mal wieder Ein paar Problemchen Nein, bitte jetzt nicht hinten auf die Ecke fahren Danke Wenn ihr schon die ganze Zeit AFK rumsteht, musst du jetzt nicht auf den Sack gehen Danke Keine Ahnung was da höher sein muss Oh Oh Zugleich gebremst von ihm Passt so weit Ist jetzt ganz gut durchgekommen Was macht ihr da vorne er leckt wieder hier kommt Gas mit dem Frontkratzer jetzt haben wir überlegen, ob ich jetzt den Undercut probiere nein, hier bremst man doch gleich rechter, wenn es um Gas geht wir fahren noch eine Runde das ist ganz schön zügig hier auf der Geraden lasst er mich jetzt vor, oder nicht? okay, er steckt zurück sehr ehrenwert toll hier in der Kurve ist ja nur vegan schon um einiges besser der Trophy mit dem Heckantrieb und statt der nur vegan hier vorne mit seinem Frontantrieb oh, da war auch ein bisschen schnell unterwegs ich glaube, jetzt komme ich doch in die Box das ist mir zu sehr rumgegurke oh Ah, shit. schützschützschützschützschütz war so nicht geplant nein du fährst mir jetzt nicht auf die ecke dann lass den nächsten platz weiter geht die kann also ich schütz das ist das bisschen aufs gras fahrt schon während zeit gekostet hat das ist ein beliebige zack die andere cut ärgerlich kleiner dummer fehler der aus gras wäre direkt zwei positionen kostet belasten schöner stiller stop 3,2 sekunden mensch was ist denn los gibt es ja gar nicht bitte keine strafe wahrscheinlich gibt es eine strafe keine strafe ich fahr gerade so ein scheiß zusammen das ist okay zu Ah, hier eigentlich voll so wie es ausschaut. Ah, da hat er sich ja ganz schön hier verbremst. So, das hat gepasst. So hort. So, das kann doch nicht sein. Warum bin ich denn so schlecht? Hey, Twitter. Hey Gott. Ist klar. So. 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 tja, hast du nie auch so gemacht, kannst dich jetzt hier über die Spanier rum ärgern Tja, 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 tja! Tja, 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 tja! Die ganze Zeit Mikrolex. auch hier viele leute bloß vier balken P12 immer hin wäre schon nicht schlecht wenn es noch ein zwei Plätze nach vorne geht aber Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020